Herr Meierhofer, gerade nach 2013 wurden Ihnen die Rufen nach einer europäischen IT laut. Hätte denn so eine IT überhaupt eine Chance, gegen die US-Hersteller sich zu behaupten? Wir sind davon überzeugt, dass Europa mehr Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit im Bereich der IKT braucht, dringend benötigt. Und daher muss es diese Kraftanstrengung geben und das kann nur eine gemeinsame pan-europäische Anstrengung sein. In diesem Zusammenhang wird immer dieses Beispiel von Airbus auch genannt. 1972 hatte die amerikanische Flugzeugindustrie mehr als 80 Prozent Marktanteil und Airbus erst wenige Bestellungen. Aber trotzdem hat man an diese Idee der europäischen Luftfahrtindustrie festgehalten. Und heute sind Boeing und Airbus auf Augenhöhe und am Weltmarkt tätig. Das hätte damals auch niemand für nötig gehalten, aber mit der entsprechenden Anstrengung und dem gemeinsamen Willen ist das auch entsprechend umzusetzen. Und unser CEO, Helmut Fallmann, hat dafür auch eine Initiative gegründet unter dem Titel United Clouds of Europe, um diese Kräfte zu bündeln und diese europäische IT-Industrie auf die Beine zu stellen. Gibt es in Deutschland die nötige Infrastruktur, um eine europäische IT zumindest in deutscher Ebene aufzubauen? Die Infrastruktur, der Infrastrukturausbau geht zügig voran. Da sind wir sehr zuversichtlich. Aber im Sinne der Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit müsste auch im Bereich der Infrastruktur noch mehr investiert werden auf europäischer Ebene, um diese Unabhängigkeit auch möglich zu machen. Was macht für Sie eigentlich eine sichere Cloud alles aus? Aus unserer Sicht steht so ein Cloud-Service europäischer Prägung auf vier Säulen. Datensicherheit, Zugriffssicherheit, Rechtssicherheit und zertifizierte Qualitätsstandards. Das macht so ein Cloud-Service aus. Dazu gehört die Gewissheit, wo meine Daten sind, die Garantie, dass die Daten dort bleiben und nicht beliebig verteilt werden. Und auch der Schutz des Zugangs durch hochwertige Authentifizierungsmechanismen. Wie realisiert das nun Fabersoft? Wir implementieren dieses weltweit einzigartige Konzept der Cloud-Lokationen. Wir bieten Software-as-a-Service in einer Public Cloud, aber darüber hinaus garantieren wir unseren Kunden auch, wo die Daten sind und bieten dafür heute den Standort Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die Kunden können sich aussuchen, wo die Daten liegen und wir garantieren, dass die dort auch sind. Wir bieten lokale Vertragspartner in Deutschland auch beispielsweise eine Vereinbarung über Auftragsdatenbearbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Also wir gehen hier auch auf regionale Anforderungen unserer Kunden ein im Sinne der Rechtssicherheit. Und wir unterstützen im Bereich der Zugriffssicherheit hochwertige Authentifizierungsmechanismen, beispielsweise auch die digitale Identität über den deutschen Personalausweis. Untertitelung des ZDF, 2020